Da wird es dann eigentlich richtig interessant und das auf einer prozedural generierten Karte. Das heißt, wenn ich jetzt Lust hätte, nochmal neu anzufangen, kann ich das auf einer komplett neuen Karte machen. Moinsen und herzlich willkommen zurück zur Foundation. Meine lieben Freunde, es geht weiter in diesem lustig-launigen Mittelalter-Aufbauspiel. Ich habe mir gedacht, wir steigen nochmal ein. Wir haben beim letzten Mal ja aufgehört beim Bau des Klosters und da hat man ja auch noch ein bisschen weiter gemacht im Anschluss. Unsere Nonnen sind ja schon hier dabei gewesen, Bären zu sammeln für die Mönche. Das hat man extra aufgebaut und da kann man ja noch ganz viel mehr machen mit dem Kloster. Ich werde aber nicht in diesem Spielstand weitermachen, den ihr hier sehen könnt, sondern wir fangen einen komplett neuen Spielstand an. Denn jetzt gibt es nämlich ein neues Feature in Foundation, nämlich den prozeduralen Map-Generator. Und da habe ich mir gedacht, das können wir uns doch mal gemeinsam angucken. Außerdem ist das Ganze hier auch ein gesponsertes Let's Play vom Entwickler. Das heißt, wir können direkt super einsteigen mit einer neuen Karte, die wir in diesem Map-Generator direkt erstellen. Und da gehe ich jetzt hier einfach mal auf neues Spiel und jetzt seht ihr hier, damals konnten wir ja nur die Originalkarten auswählen. Ich hatte damals die Küste gewählt. Ihr könnt vielleicht sogar noch den Küstenabschnitt erkennen, wo wir da gespielt haben, ja. Und jetzt geht eben auch das hier oben. Ich kann ein Biom auswählen, zum Beispiel halt die Küste. Und dann sehe ich hier so eine Vorschau von der Karte. Und ich kann entsprechend, wenn ich auf Generieren drücke, neue Varianten von den Karten erzeugen. Da wir jetzt aber schon mal Küste gespielt haben, würde ich sagen, wir machen jetzt nicht nochmal die Küste, sondern wir machen jetzt mal, ich würde sagen, mal eine Flusslandschaft. Da habe ich irgendwie mal Lust drauf. An der Stelle auch der Hinweis, ihr könnt euch das bei Steam kaufen und zum jetzigen Zeitpunkt bekommt ihr 20% Rabatt. Also das Spiel ist runtergesetzt von 29,99 auf 23,99. Genau, also könnt ihr auch gerne reinschauen. Die Links befinden sich natürlich entsprechend in der Videobeschreibung unter dem Videoaufklappen bei mehr Anzeigen. Da könnt ihr euch das entsprechend anschauen. Genau, so jetzt haben wir hier mal eine Karte, die mir eigentlich ganz gut gefällt. Die scheint recht bergig zu sein. Also man sieht recht große Unterschiede zwischen den höchsten Höhen und den tiefsten Tiefen sozusagen. Und der Fluss scheint ein ziemlich tiefes Tal in die Landschaft zu schneiden. Da bin ich mal sehr gespannt. Hat schon fast so ein bisschen was Chinesisches, so ein bisschen so von der Landschaft. Und da würde ich mal sagen, ich bestätige das Ganze mal. Mods gibt es keine, genau habe ich jetzt nicht benutzt. Und dann starte ich das Spiel mal. Ich bin sehr gespannt. Und natürlich kommen wir hier auch in den Genuss von besserer Grafik. Denn das Ganze läuft jetzt natürlich auf meinem neuen Rechner. Ich habe alles auf Maximum gedreht. Und das sollte entsprechend auch performant laufen und wesentlich besser aussehen als im letzten Durchlauf. Genau, ein Neuanfang. Nach einer langen Reise durchs Reich erreicht euer Volk endlich ein neues Land. Und euer Land, Gebiete, die zu besiedeln ihr gebeten wurdet, regiert nach eurem eigenen Gutdünken. Euer Volk hart eurer Befehle. Sie sind begierig, euch mit Rat zu dienen, so ihr dessen bedürft. Lasst mich euren Ratschlag hören. Ja, ach, man kann ja immer mal auch ein bisschen nochmal einen Ratschlag vertragen, nicht wahr? Euer erstes Gebiet. Genau, das ist jetzt nochmal so ein bisschen dieses Tutorial. Setzen wir den Ratschlag in die Tat um. Bären für das Volk, genau. Bären wollen sie haben, Bären sollen sie bekommen. Genau, jetzt können wir mal ganz kurz auch nochmal schauen, wie die Grafik jetzt aussieht. Also ich habe vor allem auch dieses Subsurface, nee, wie heißt das? Ambient Occlusion, genau. Subsurface Ambient Occlusion heißt das, glaube ich. Oder Subdivision Ambient Occlusion an. Also das heißt, es gibt jetzt Kontaktschatten bei den Objekten. Das konnte ich vorher auf meinem alten Rechner nicht aktivieren. Das hat den irgendwie in die Knie gezwungen. Genau, und jetzt habe ich die Schatten an. Ich habe auch Tiefenschärfe an entsprechend. Das heißt, ich habe an. Genau, jetzt müssen wir unser erstes Territorium festlegen. Ich könnte jetzt hier natürlich ein beliebiges Quadrat wählen. Hier, aber das heißt Quadrat, eine beliebige Fläche. Wir sehen auch, das ist ziemlich organisch hier. Ich schaue mal kurz, ob sich vielleicht irgendwie eher so ein Hügel noch anbieten würde. Nö, eigentlich nicht. Ich meine, hier hinten wären wir halt sehr nah dran an einer Ressource noch. Das wäre vielleicht auch noch ganz gut. Aber letztendlich hier drüben ist ja auch was. Und ich glaube, man kann auch irgendwie dann übers Wasser. Genau, dann lasst uns das hier mal nehmen. Hervorragend. Und dann bauen wir mal direkt ein Dorfzentrum, würde ich sagen. Und das machen wir jetzt mal ein kleines bisschen mehr so hier in die Mitte. Bauen. Wunderbar. Wunderbar. Und da laufen sie rum. Hehe. Da sind sie wieder. Ich finde das ja echt niedlich, das Spiel. Muss ich ja wirklich mal sagen. Mit den kleinen Figürchen. So, dann wollen wir mal. Bauhütte muss gebaut werden. Genau. Wir brauchen Baumeister. Mit STRG. Und drehen kann ich ja drehen. Und mein Plan ist es wieder. Das fand ich nämlich sehr cool schon. Das mit dem Kloster auf jeden Fall nochmal zu verfolgen. Also den Weg des Klerus sozusagen zu gehen. Man hat ja verschiedene Fraktionen, die man dann entsprechend auch bedienen kann sozusagen. Also es gibt ja die Militärfraktion, den Klerus, also die Geistlichen. Und entsprechend dann die Bürgerschaft. Und ich dachte mir, es ist schon schlau, wenn man nochmal den Klerus erscheint mir am flexibelsten zu sein. Da scheint es die meisten Möglichkeiten zu geben, was zu machen. Und dann dachte ich mir, schauen wir uns das mal an. Wartet auf Baumeister. Genau, Holzfällerlager können wir direkt hier daneben bauen. Und dann mal schauen. Zonen können wir zuweisen. Genau, das müssen wir auch machen. Eine Holzfällerzone, eine Abbauzone. Machen wir mal hier so die Abbauzone. Verbotenes Land kann ich auch zuweisen. Also ich kann auch sagen, wo sie gar nicht hingehen sollen. Da wird dann derjenige verbannt, der da hingeht. In den dunklen Wald. Genau. So, dann schauen wir mal. Jetzt müssten wir, genau, jetzt haben wir ein Holzfällerlager bekommen. Holzfäller noch hinzufügen. Genau, und dann haben wir die Aufgabe entsprechend abgeschlossen. Genau, mit dem Zeichenwerkzeug können wir unterschiedliche Aufgaben halt, wie gesagt, zuweisen. Also wir können hier jetzt zum Beispiel sagen, das Abbaugebiet soll auch gleichzeitig das Aufforstgebiet sein. Damit die Bäume, die da geerntet werden, auch wieder ersetzt werden. Das halte ich auch für wichtig, dass wir das machen. Dass wir hier nicht irgendwie den kompletten Wald wegroden. Ist auf jeden Fall schon eine schlaue Idee an der Stelle. So, und dann schauen wir mal. Haben wir hier natürlich das Forsthaus. Das müssen wir natürlich dafür dann entsprechend auch da hinstellen. Sagen wir mal bauen. Und dann brauchen wir natürlich auch noch den Bärensammler. Und hier sind ja auch direkt Bären nebenan. Dann sammeln wir die jetzt hier auch gleich. Das sieht schon echt lustig aus, wenn die sich so mit dreifacher Geschwindigkeit bewegen. Die fangen dann so an zu tippeln. So Zeitraffer mäßig. Das sieht schon lustig aus. Guck mal. Vor allem das Schöne ist, das läuft jetzt auch endlich mal mit vollen 60 Frames an der Stelle. Und ja, das ist schon nice. Wenn man mit so einem neuen Rechner halt das auch zeigen kann. Und guckt mal, wie schnell das jetzt geht, wenn die da was aufbauen. Nice, nice. Dann machen wir ordentlich Progress jetzt hier, meine lieben Freunde. Da werde ich jetzt natürlich auch ein bisschen schneller vorankommen. Als in meinem letzten Durchlauf. Das ist natürlich klar. Vielleicht habt ihr es ja auch schon gekauft. Und dann könnt ihr mir natürlich auch gerne schreiben, wie ihr das Spiel findet. Ihr könnt auch gerne einen Daumen nach oben dalassen. Wenn euch das gefällt, dass wir wieder Foundation spielen. Und ihr könnt natürlich auch gerne in die Playlist reinschauen. Denn wir hatten ja, wie gesagt, schon mal einen Durchlauf gemacht. Den könnt ihr euch auch angucken. Rechts um in der Ecke am Anfang des Videos ist die Playlist verlinkt. Am Ende ist sie auch nochmal verlinkt. So, die Bärensammler sind zugewiesen. Und die stehen jetzt hier in ihrem Bärenhaus drin. Und sammeln dann jetzt gleich auch die Bären ein. Das ist gut. Weil das ist nämlich hier jetzt auch unsere Aufgabe. Wir müssen Bären produzieren, weil die Leute langsam hungrig sind. Das ist ganz wichtig, dass wir das jetzt hinkriegen. Und ja, dann schauen wir mal, ob wir das schaffen. 10 Bären haben wir noch auf Lager. 10 Stoffe. 65 Holz. Also Holz kommt jetzt auch rein. Das ist gut. Wir haben eine durchschnittliche Tagesbilanz von minus 35. Das ist natürlich nicht so schön. So, die Bärensammler haben jetzt auch ihr Gebiet zugewiesen bekommen von mir. Ja, da muss man halt auch hier dann entsprechend das Gebiet zuweisen. Mit diesem Pinsel. Und dann wird entsprechend gesammelt. Dann wird drauf losgesammelt. Das machen die jetzt hier gerade. Das ist sehr, sehr wichtig, dass da auch Nahrung reinkommt. Genau, jetzt seht ihr, jetzt haben wir den Auftrag abgeschlossen hier an der Stelle. Und ja, als nächstes werden wir uns wahrscheinlich dann auch mal noch hier hin ausbreiten. Weil ich möchte gerne mein Kloster schön auf Berg oben bauen. Wieder wie beim letzten Mal. Das fand ich eigentlich mal ein schöner Platz für ein Kloster. Und ja, da bin ich mal sehr gespannt, ob wir das hinkriegen diesmal. Ob wir es wieder hinkriegen. Und vor allem, wie gut wir das Kloster da ausbauen können. Denn beim letzten Mal war die Location auf der Klippe so ein bisschen eingeengt. Da war nicht so viel Platz so richtig für ein großes Kloster. Und hier auf der Karte haben wir jetzt ein bisschen mehr Platz. Weil uns hier keine Küste so richtig einengt. Das passt schon ganz gut eigentlich. Ein neuer Ratschlag kann gehört werden. Bedürfnisse und Zufriedenheit. Genau. Wir sollen die Arbeiter zufriedenstellen. Genau. Alle Bedürfnisse erfüllen, damit auch Einwanderer kommen und die Bevölkerung wächst. Setzen wir den Ratschlag in die Tat, um errichtete Speicherträger zuweisen. Bären in den Speicher zuweisen. Also einen Speicher bauen und dann natürlich auch noch einen Steinbruch. Genau. Warte auf Baumeister. Genau. Und dann baue ich jetzt einfach mal, weil da sieht man schon, da brauchen wir Steine. Da baue ich jetzt hier auch gleich mal noch den Steinbruch. Würde ich sagen. Und dann machen wir das mal so. Genau. Bauen. Und dann sage ich mal hier, Bau priorisieren. Weil wir brauchen erst Steine. Und dann für die, für den Speicher brauchen wir dann die Steine. Genau. Also das heißt, wir müssen erst das bauen. Und dann das hier. Was ich auch ganz cool finde ist, ihr müsst mal drauf achten, wenn die bestimmte Wege häufiger gehen, dann entstehen so Trampelpfade durchs Gras. Das finde ich eigentlich ganz nice. Das heißt, es ist leider irgendwie beim letzten Mal ein bisschen untergegangen, weil ich glaube ich das Gras beim letzten Mal so ein bisschen deaktiviert habe. Oder beziehungsweise ich habe auf jeden Fall die Sichtweite runtergedreht. Und dadurch hat man das nicht so gut gesehen. Aber jetzt finde ich, sieht man das sehr schön. Wenn die sehr lange an einer Stelle rumlaufen, dann entbilden sich so Trampelpfade. Und vor allem werden diese Trampelpfade irgendwie von der Textur her sehen auch immer anders aus. Das heißt, die sehen immer fester aus irgendwie. Das ist schon irgendwie nice. Und ich bin mir sicher, wenn die dann irgendwann aufhören, diesen Weg zu gehen, dann wächst das bestimmt auch wieder zu. Sowas finde ich immer sehr nett. Genau. Jetzt haben wir hier den Steinbruch. Da müssen wir natürlich wieder Mitarbeiter zuweisen. Aber das geht gerade nicht. Das heißt, wir müssen mal hier bei den anderen Häusern mal ein paar rausnehmen. Würde ich sagen. Damit wir vielleicht mal einen weiteren haben, der hier als Steinmetz arbeiten kann. Sonst kriegen wir nämlich keine Steine. Da müssen wir ein bisschen gucken, dass wir am Anfang, wenn wir noch nicht viele Arbeiter haben, dass wir die mal ein bisschen hin und her schieben. Geht nicht anders. Weil wir ja noch keine Zuwanderer jetzt erstmal haben. Und wir haben die ersten Steine. Und die werden zu unserer Speicherbaustelle jetzt transportiert. Sehr schön. Zwei Stück sind schon drin. Das sollte dann jetzt auch demnächst gebaut werden. Nice. Jawohl. Und da wird unser Lagerhaus gebaut. Sehr nice, meine lieben Freunde. Ein ganz wichtiges Element unserer Siedlung. Dass unsere Siedlung florieren und gedeihen kann. Der absolute Wahnsinn. Ach, das ist schon toll, wenn man so ein bisschen mit Vorkenntnis in so ein Projekt nochmal reingehen kann und mal ein bisschen besser Bescheid weiß. Vorher war das ja ein ganz schönes Gestacher im Dunkeln so ein bisschen. Und jetzt kann ich so ein bisschen gezielter das Ganze planen. Auch wenn ich jetzt einen bestimmten Weg verfolgen möchte. Zum Beispiel mit dem Klerus und so. Kann ich ein bisschen gezielter vorgehen. Und muss nicht erst checken, wie das alles funktioniert. Das ist schon cool. Das heißt, ich kann jetzt auch ein richtiges Traumkloster mir dann zusammenbauen. Das wird schon ziemlich nice. Ich bin sehr gespannt. So, jetzt mache ich mal die Geschwindigkeit wieder ein bisschen langsamer. Genau. Jetzt müssen wir hier drin noch natürlich Träger zuweisen. Da mache ich jetzt einfach mal bei den Baumeistern noch einen raus. Und weise jetzt einfach mal hier einen Träger zu. Und weise die Ressource Bären zu. Genau. Und damit habe ich die Aufgabe auch erledigt. Und habe 100 Münzen bekommen. Nice. Wohngebiete ausweisen habe ich jetzt. Genau. Jetzt habe ich neue Gebiete bekommen. Und ich würde sagen, wir weisen mal hier hinten mal so ein paar Wohngebiete aus. Attraktivität niedrig. Wir müssen da ein bisschen aufpassen, dass wir nicht das da machen, wo die Attraktivität allzu niedrig ist. Aber wir sehen schon, die haben sich da jetzt schon angesiedelt an der Stelle. Das ist doch schon mal nice. Und genau. Machen wir das mal so. Die bauen da jetzt ihre Häuser. Und jetzt müssen wir mal gucken, wenn wir das jetzt hier zumachen. Genau. Wohngebiete ausweisen. Und ein neues Gebiet kaufen. Das hatte ich ja schon so ein bisschen vorgeplant. Dass wir uns jetzt einfach mal das Gebiet hier unter den Nagel reißen. Weil da haben wir nämlich noch ein paar mehr Ressourcen drin. Und damit haben wir diese Aufgabe auch abgeschlossen. Wunderbar. Und natürlich brauchen wir auch einen Brunnen in unserem Wohngebiet. Ganz wichtig. Ich baue den jetzt einfach mal hier hin. Damit die auch Wasser bekommen. Die Bürger. Sehr schön. Und dann brauchen wir einen Markt. Und den Markt, den baue ich jetzt einfach mal. Ja, hier baue ich den jetzt einfach mal hin. Sehr gut. Generiert Einnahmen. Wählt eine Funktion. Marktplatz. Genau. Und dann müssen wir hier den Lebensmittelstand auswählen. Das ist ganz wichtig. Und dann bauen wir den einfach mal dahin. Würde ich sagen. Genau. Muss man hier ein bisschen hochziehen. Das Fenster. Und dann hier unten auf Bauen klicken. Sehr schön. Sehr schön. Und da entsteht der Marktplatz. Die ersten Wohngebäude werden gebaut. Ja, sehr schön. Dann kann ja der Einwanderung nichts mehr im Weg stehen eigentlich. Wunderbar. Und wir kriegen hier gerade noch den Hinweis, dass es sinnvoll ist, den Marktstand innerhalb eines Wohngebiets zu errichten. Das ist natürlich der Attraktivität des Wohngebiets förderlich und sorgt dafür, dass natürlich da noch mehr Leute einziehen möchten. Und das fördert natürlich auch die Zufriedenheit der Dorfbewohner. Und die zufriedener unsere Dorfbewohner sind, desto mehr Leute kommen dann letztendlich, um in unserer Siedlung zu leben. Und der Brunnen ist jetzt auch fertig. Und auch der müsste eigentlich zur Attraktivität im Wohnviertel beitragen. Deswegen habe ich den hier auch ein bisschen weiter reingebaut an der Stelle. Genau. Und dann gucken wir mal, was wir noch für Bedürfnisse erfüllen müssen. Genau. Der Marktstand muss noch erfüllt werden. Der wird jetzt auch gerade gebaut. Den müssen wir noch mit einem Mitarbeiter versorgen, damit da auch was passiert. Genau. Ist der jetzt schon fertig? Ja, ist schon fertig. Ne, ist noch nicht fertig. Der Baubalken unten ist noch nicht voll. Genau. Jetzt ist er fertig. Jetzt müssen wir da einen Mitarbeiter zuweisen. Dann nehme ich jetzt einfach mal noch... Wen kann ich denn da jetzt noch rausnehmen? Ich nehme mal einen von den Arbeitern hier beim Steinbruch. Nehme ich jetzt einfach mal raus. Und weise den mal im Marktplatz dann entsprechend zu. Da brauchen wir ja nur einen. Genau. Und dann werden nämlich die Lebensmittel auch besser an die Bevölkerung verteilt. Wunderbar. Unser Marktschreier ist dabei, seine Waren anzupreisen. Was noch so ein bisschen fehlt, finde ich, ist noch so ein bisschen mehr Geräusche von den Leuten. Das wäre irgendwie noch ganz cool, wenn das vielleicht mal in Zukunft noch hinzugefügt werden würde. Weil, äh, wäre schon cool, wenn man so einen Marktschreier auch mal ein bisschen was schreien hört. Auch wenn es nur irgendwie, äh, gibberisch ist, das man gar nicht versteht. Genau. Aber auf jeden Fall haben wir das. So, jetzt gucken wir mal. Bedürfnisse. Bären müssen wir noch zuweisen. Genau. Wir müssen noch, äh, die Bären zuweisen. Damit haben wir die Aufgabe jetzt auch abgehakt. Genau. Ungenügende Unterkunft. Wir haben jetzt die Bedürfnisse erfüllt. Und ein Neuankömmling müsste jetzt bald auf dem Weg sein. Genau. Einwanderung fördern. Alle Dorfbewohner haben einen Beruf. Genau. Und die Zufriedenheit muss auf 100 erhöht werden. Aktuell ist die Zufriedenheit bei 39. Da müssen wir jetzt mal gucken. Nahrung ist noch ein Problem. Und Komfort ist noch ein Problem. Genau. Da müssen wir mal schauen. Verdichtung ist aktiv. Das ist aber erst relevant, wenn die Leute auch befördert werden. Genau. Die haben aber alle eine Wohnung. Das heißt, ich glaube, das muss einfach jetzt erstmal nur ein bisschen noch einwirken, dass die jetzt eine Wohnung haben und dass die hier sich auch Essen kaufen können. Und dann, ja, sollte das eigentlich alles laufen. Schauen wir mal. Bären haben wir ja auch genug. Das ist jetzt einfach wirklich nur noch eine Verteilungsfrage eigentlich. Und auch eine Frage, ja, wann die das dann registrieren, dass es ihnen ja eigentlich besser gehen müsste. Das heißt, genau, hier steigt es auch schon. Jetzt ist es schon bei 46. Und genau, die Zufriedenheit muss auf 100 steigen. Also wir müssen einfach nur ein bisschen Geduld haben. Das heißt, ich mache jetzt einfach mal die Beschleunigung an. Genau, wir sehen jetzt, die kaufen jetzt hier Nahrungsmittel und Dinge des täglichen Bedarfs. Die gehen auch zum Brunnen und holen sich auch mal Wasser ab und zu. Und die Zufriedenheit steigt natürlich, je länger die mit allem versorgt sind, was sie brauchen. Und je länger sie auch in guten Häusern wohnen. Jetzt sehen wir, das geht jetzt hoch. Ist schon jetzt bei 77. Wie gesagt, das ist jetzt nur eine Frage der Zeit. Muss einfach ein bisschen einwirken. Und dann haben wir entsprechend das auch abgehakt. Und dann können wir langsam zu den wirklich interessanten Sachen übergehen. Wenn wir dann eben in der Lage sind, die Verwaltungsgebäude zu bauen oder eine Kirche und ein Kloster und sowas. Alles. Da wird es dann eigentlich richtig interessant. Und das auf einer prozedural generierten Karte. Das heißt, wenn ich jetzt Lust hätte, nochmal neu anzufangen, kann ich das auf einer komplett neuen Karte machen, die nicht vordefiniert ist. Und so habe ich quasi unendlich viele Möglichkeiten, wie ich das Ganze dann spielen kann. Das ist schon eine coole Sache auf jeden Fall. Und unser Dorf wächst und wächst, meine lieben Freunde. Seht nur, sie bauen weitere Wohnhäuser. Ich habe jetzt auch nochmal den Grund und Boden für das Wohngebiet nochmal ein bisschen vergrößert. Ich habe jetzt hier auch den Marktplatz mal mit reingenommen in dieses Wohngebiet. Das soll ja, wie gesagt, auch das Wohlbefinden nochmal ein bisschen erhöhen. Das war vorher nicht ganz. Dann habe ich jetzt mal mit reingenommen. Und schon werden auch weitere Hütten gebaut in diesem Radius. Sehr schön. Wir sind jetzt bei 87% zufrieden. 90%? Sehr gut. Dann haben wir ja die 100 fast geschafft. Ganz hervorragend. So muss das sein. Ich bin gespannt, wann wir dann gleich die 100 geknackt haben. Und wir haben die 100% geknackt. Nice. Damit beginnt jetzt auch die Zuwanderung in unser Dörfchen. Sehr schön. Und jetzt haben wir hier die Aufgabe, dass wir vom Handel profitieren. Genau. Wir sollen ein Lagerhaus im Almanach erwerben und das Lagerhaus entsprechend errichten und Bretter dem Lagerhaus zuweisen. Dann tun wir das doch mal. Also, wir müssen dafür auch ein Sägewerk bauen. Okay, da müssen wir jetzt aufpassen. Da sehen wir, das hat einen negativen Einflussbereich. Das sollten wir also vielleicht eher so ein bisschen hier an den Rand bauen, würde ich sagen. Vielleicht so, dass die Zugänge hier so in die andere Richtung zeigen. Genau. Und dann sagen wir schon mal, baut das mal am besten. Und die Straßen machen sie ja, wie gesagt, durch Trampelpfade automatisch. Das finde ich halt schon ziemlich lustig. Genau. Macht das mal. Und dann schauen wir mal in den Almanach und gehen mal dann hier bei, jetzt muss ich schon mal gucken. Hier war das, glaube ich. Genau, Lagerhaus. Das müssen wir freischalten. Haben wir jetzt auch gemacht. Und dann bauen wir das Ganze mal. Das ist nämlich das Ding hier. Das hat auch einen negativen Einflussradius. Also, sollten wir auch das vom Wohngebiet eher ein bisschen fernhalten, würde ich sagen. Machen wir das vielleicht mal so hier hinten hin. Und da sehen wir, es sind neue Nasen am Start. Neue Bürger eingestellt. So, dann setzen wir den gleich mal bei den Bärensammlern rein und einen bei den Holzfällern. Weil wir müssen ja dafür sorgen, dass wir die Grundrohstoffe bekommen für die Versorgung und für den Bau weiterer Gebäude. Genau. Und das muss möglichst schnell gehen, weil wir werden jetzt natürlich ziemlich stark expandieren hier. Jetzt wird es ziemlich geil, meine lieben Freunde. Jetzt geht es richtig los hier an der Stelle. Jetzt kann das ungebremste, ungezügelte Wachstum beginnen. Und wir sehen, die bauen jetzt hier auch schon die nächste Stufe an Häusern, weil Verdichtung ist aktiv. Das heißt, wenn der Platz in einem Gebäude nicht mehr ausreicht, wird die nächst verfügbare Gebäudekategorie direkt gebaut. Das war etwas, das ich am Anfang noch gar nicht richtig verstanden habe. Also, je mehr die Bevölkerung wächst und je höher die in ihrem Rang aufsteigt oder befördert wird, desto eher werden moderne Wohnhäuser aus den vorhandenen Wohnhäusern gebaut. Also, die steigen quasi dann automatisch auf. Also, das hier ist jetzt besser. Das beherbergt mehr Bewohner als das hier hinten zum Beispiel, weil das hier jetzt schon eine Stufe drüber ist. Und wieder ein neuer Bewohner. Ganz ausgezeichnet und hervorragend. Je mehr Arbeitskräfte wir hier haben, desto besser ist es. Gleich mal zum Baumeister machen. Baumaterialien fehlen. Und genau, wir brauchen für das Lagerhaus jetzt die Bretter, die wir ja im Lagerhaus zuweisen sollen. Deswegen ist es jetzt auch schlau gewesen, dass wir hier entsprechend das Sägewerk schon mal in Auftrag geben. Und wenn wir gleich noch ein paar mehr Bürger bekommen, da müsste man auch eigentlich immer sehen können, dass die von irgendwoher angelaufen kommen normalerweise. Dann müssten wir auch in der Lage sein, genug Mitarbeiter für dieses Sägewerk zusammen zu bekommen. Und genau, solange hier die Zufriedenheit jetzt nicht allzu stark sinkt. Ein Gottesdienst ist jetzt zum Beispiel ein Malus. Das heißt, jetzt fängt es langsam an, geistlich zu werden. Nice. Da können wir dann mal gucken, wo dann die Kirche dann ist. Die müsste dann wahrscheinlich irgendwo hier noch mit dazukommen. Oder muss ich die freischalten? Jetzt muss ich nochmal gucken. Das kann sein, dass ich die dann entsprechend schreif halten muss. Da müssen wir mal gucken. Ja, es kann sein, dass das dann hier irgendwo mit bei ist. Müssen wir mal gucken. Irgendwo ist das hier auf jeden Fall mit dabei. Ich kann natürlich jetzt hier auch meine Stadt entsprechend benennen, wenn ich das Ganze noch ein bisschen individualisieren möchte. Und da kann ich sagen, das ist Spielbeertown zum Beispiel. Und kann bestätigen und sprechern. Und das ist natürlich hier... Ich bin natürlich Lord... Ja, ich kann meinen Namen nicht schreiben. Lord, ich kann meinen Namen nicht schreiben. Lord Spielbeer natürlich. Nice. Hervorragend. Spielbeertown von Lord Spielbeer. Nice. Und wir haben das Sägewerk fertiggestellt. Hervorragend. So, warte mal. Jetzt muss ich mal gucken, dass wir vielleicht hier mal vorübergehend nochmal beim Steinmetz oder bei irgendwem nochmal was rausnehmen jetzt. Vielleicht, äh... Ja gut, beim Holzfäller müssten wir jetzt eigentlich eher Leute reinnehmen. Egal. Ich nehme jetzt einfach mal einen beim Holzfäller raus. Und einen beim Sägewerk rein. Damit beim Sägewerk schon mal produziert... Ah, guck mal. Da kommen Freiwillige. Freiwillige kommen. Sehr gut. Die kommen wie gerufen. Lasst euch einstellen, meine lieben Freunde. Und dann weiß ich euch zwei... Na ja, obwohl. Vielleicht einen noch beim Holzfäller nochmal reinnehmen. Damit auch Holz reinkommt. Und hier ist jetzt... Genau, da fehlt jetzt noch einer. Es sind schon mal zwei im Sägewerk. Das ist doch schon mal gut. Da müssten wir auch gleich Bretter bekommen. Bretter Portee. Damit das hier dann entsprechend gebaut werden kann. Das Lagerhaus. Und dann haben wir dann sogar schon ein Lagerhaus. Sehr schön. Wunderbar, wunderbar. Da müssen wir dann noch Bretter zuweisen. Und an der Stelle noch einmal der Hinweis. Das Spiel ist aktuell in Steam runtergesetzt um 20%. Auf 23,99 von 29,99. Also wenn ihr schon drüber nachgedacht haben solltet, euch das zu holen, dann könnt ihr gerne da mal reinschauen. Der Link, wie gesagt, befindet sich unten in der Videobeschreibung zur Steam-Seite vom Spiel. Und da könnt ihr natürlich gern mal reinschauen. Und hier ist der Holzfäller, beziehungsweise der Schreinermeister. Der Schreinermeister ist es ja eigentlich am Start. Und macht hier gerade Bretter für unser Lagerhaus. Hervorragend. Und wir haben wieder Neuankömmlinge, die sich nähern. Wunderbar. Können wir gleich mal gucken. Wo sind sie denn? Ah, da hinten. Von da hinten kommen sie. Ja, halt der Trampelpfad. Man muss halt eigentlich nur dem Trampelpfad folgen. Sehr schön. Können wir dann auch gleich wieder neue Nasen einstellen. Hervorragend. Ein paar brauchen wir ja noch für unseren Steinmetz, damit der voll ausgelastet ist. Und jetzt kann auch der Bau des Lagerhauses voranschreiten. Sehr gut. Denn wir haben jetzt alle Bretter beisammen, um das entsprechend bauen zu können. Ich muss ja sagen, ich finde das auch schön, wie bei den Baustellen so die Gebäude entstehen. Also so nacheinander entstehen aus den verschiedenen Baustufen sozusagen. Die Stufen vom Bau. Mit den verschiedenen Elementen, die da zusammengefügt werden. Ist ganz cool gemacht eigentlich. Dass man auch so ein bisschen in die Baustelle so reingucken kann. Und da können wir wieder neue Nasen einstellen. Machen wir das mal. Und dann weisen wir sie mal direkt zu. Einen hier. Dann entsprechend hier hinten noch welche. Super. Kriegen wir auch mehr Steine. Wobei Steine haben wir eigentlich gerade ganz viele. Und jetzt können wir hier... Ah, natürlich müssen wir noch einen Träger zuweisen. Okay, warte. Dann nehme ich nochmal bei den Steinmetzen nochmal einen raus. Und weise den dann entsprechend hier als Träger zu. Und dann weisen wir hier entsprechend dann noch die Bretter zu. Hervorragend. Und dann werden die Bretter, die hier produziert werden, hier direkt eingelagert. Ganz ausgezeichnet. Und jetzt können wir eine Handelsroute planen. Mit Brettern. Und da müssen wir jetzt mal gleich gucken, wie das funktioniert. Bei Wirtschaft war das glaube ich irgendwie. Warte mal, das war hier bei Ressourcen. Genau, Handelsroute. Hier haben wir eine Handelsroute mit Northbury zur Verfügung. Wo es um Bretter geht. Genau, da müssen wir natürlich dann auch entsprechend die Menge eingelagert haben. Nicht genügend Ressourcen um die Freische... Jetzt kann ich es machen. Dann machen wir das gleich mal. Dann haben wir diese Aufgabe nämlich auch erledigt. Stufe talentiert bei Arbeiterschaft erreicht. Wunderbar, ganz ausgezeichnet. Dann kann es ja nicht mehr sehr lange dauern, bis wir hier dann auch eine Kirche bauen können. Und das ist ja letztendlich mein Ziel hier an der Stelle. Also eine Kirche und dann ein Kloster bauen. Genau, erlaubt den Verkauf von Brettern im Handelsmenü. Handelsrouten. Ah ja, genau. Man muss hier so hin und her schwitzen. Genau. Und dann kann man hier Bretter für den Handel zuweisen. Oder erlauben. Genau. Verhalten wir mal von den Brettern mal 15 zurück. Und alles was drüber liegt, verkaufen wir mal, würde ich sagen. Genau, wenn ich hier den Haken setze, dann wird nämlich Verkauf. Jetzt haben wir nämlich das mit der Handelsroute auch eingestellt. Ein neuer Ratschlag kann gehört werden. Das Gutshaus. Jawohl. Setzen wir den Vorschlag in die Tat um. Errichten wir ein Gutshaus mit großer Halle. Werkzeuge aus dem Lagerhaus zuweisen. Genau. Tun wir das mal. Also Werkzeuge müssen wir, glaube ich, kaufen jetzt. Genau. Machen wir das mal so. Und jetzt müssen wir mal schauen. Ein Gutshaus errichten. Wir haben hier die Verwaltung. Genau. Ein Gutshaus. So, das Gutshaus ist ja eins von den Gebäuden, das so ein bisschen expandiert werden kann. Das heißt, wir sollten vielleicht schauen, dass wir das Gutshaus, ja, so dahin bauen, wo wir auf jeden Fall Platz zum Ausbau haben. Das würde ich vielleicht sogar... Ich würde vielleicht sogar dafür noch ein bisschen Land nochmal erwerben, vielleicht. So ein bisschen hier so, dass wir das vielleicht hier hin bauen können, in diesem Wald. Lass das mal machen. Dass wir da ein bisschen was machen können noch. Genau. Ein Neuankömmling nähert sich dem Dorf. Ah, der ist noch nicht da. Okay. Bau mal das Gutshaus. Hier oben hin. Genau. Genau. Und dann wählen wir eine Funktion mit großer Halle. Genau. Rustikale Halle. Das ist das, was wir zur Verfügung haben. Und dann können wir das Ganze entsprechend dahin bauen. Und dann am besten noch einen Eingang. Sehr schön. Und dann noch ein interaktiver Ort. Ein Ort, wo Fremde eine Audienz anfragen können. Genau. Und dann bauen wir das mal. Ist zwar ein bisschen weit weg, aber ich meine, so haben wir einen schönen Überblick über unser Dorf. Wenn wir das von hier oben dann beobachten können, vom Gutshaus aus. Es sind Mandate verfügbar. Gelegenheiten. Euer Wohlgeboren. Hier ist eine Liste mit Mandaten, die euer Vogt oder manchmal auch ihr selbst erledigen könnt. Befördert Dorfbewohnern einen höheren Rang. Ja, das könnten wir machen. Das müssen wir jetzt aber, glaube ich, noch nicht machen. Holen wir uns mal hier erstmal die Leute. Genau. Aber wir müssen noch den Kauf von Werkzeugen zulassen. Genau. Dann lassen wir doch mal hier Werkzeuge. Alles kaufen, bis das Inventar die Stückzahl erreicht hat. Genau. Machen wir das mal so. Dann werden immer fünf Werkzeuge gekauft. Genau. Vielleicht machen wir lieber zehn. Das sollte passen. Haben wir jetzt auch gemacht. Genau. Fünf, zehn brauchen wir, glaube ich, für das Gutshaus, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Genau. Ne, fünf brauchen wir sogar nur. Da hat man ja sogar noch die Menge. Nicht schlecht. Müssen wir mal ein bisschen im Auge behalten, weil das kostet natürlich Geld, wenn wir Dinge importieren. Müssen wir mal ein bisschen drauf achten. Aber das Material ist jetzt schon am Start. Sehr schön. Und da wird auch gleich das Gutshaus gebaut. Ich bin sehr gespannt. Und an dieser Stelle endet diese Folge Foundation. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die BR-Nachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos nicht nur zu Foundation, sondern auch zu anderen Projekten. Let's Plays. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AI Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr coole Unterstützungsmöglichkeit für meinen Kanal. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.